Lektion 1 – ein neues Projekt erstellen Hallo, mein Name ist Alexander. Dieses Video richtet sich an diejenigen, die das KNX Smart Home System erlernen oder gerade damit beginnen möchten. In diesem Tutorial zeige ich Ihnen, wie Sie in ITS 5 ein neues Projekt erstellen können. Sobald Sie das ITS 5 Programm geöffnet haben, gehen Sie zur Registerkarte Projekte und klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Projekt. Anschließend müssen Sie im Pop-Up-Menü den Namen des Projekts sowie den Typ des Hauptbusses angeben, der alle Hauptleitungen unseres Projekts miteinander verbindet. Der Standard-Bus-Typ bei KNX ist IP. Die Basse können entweder über ein IP-Netzwerk mit KNX-Net oder IP-Routern oder mit KNX-TP-Linienkopplern verbunden werden. TP steht hierfür für Twisted Pair. In unserem Fall werden wir den TP-Bus-Typ verwenden, da unser Projekt klein ist. Darüber hinaus ist es zuverlässiger, den TP-Verbindungstyp zu verwenden. Der Bus-Typ IP eignet sich besser für große Projekte oder für Projekte, die mehrere Gebäude mit Smart Home Automation verbinden. Der TP-Bus-Typ hingegen wird am besten in kleineren Projekten wie Wohnungen oder Ferienhäusern eingesetzt, um die Zuverlässigkeit der gesamten Installation zu erhöhen. Denn je weniger verschiedene Arten von Datenübertragungsmedien und Gateways verwendet werden, desto höher ist die Fehltoleranz des Systems. Durch die Reduzierung der Anzahl an Datenübertragungsmedien und verschiedenen Gateways steigt die Fehltoleranz des Systems. Im Abschnitt Topologie kann das Kontrollkästchen Linie 1.1 erstellen unverändert bleiben, denn in unserem Projekt werden wir die Linie 1.1 verwenden. In unserem Projekt werden wir KNX-Geräte verwenden, die über verdrillte Zweidrahtleitungen miteinander verbunden sind, daher stellen wir auch den TP-Linientyp ein. Der KNX-Standard beschreibt drei Übertragungsmedien. TP, also verdrillte Zweidrahtleitungen, PL oder auch Powerline, also die Datenübertragung über das Stromnetz, in der Praxis sind jedoch noch keine Geräte dieser Art aufgetaucht. Und zu guter Letzt RF, Radiofrequenzsignalübertragung, wodurch die Geräte drahtlos miteinander kommunizieren können. Und schließlich der letzte Punkt in diesem Menü, der Gruppenadressen-Anzeigestil. Eine Gruppenadresse in einem KNX-System ist eine Variable, die den Wert der Funktion, die sie ausführt, übermittelt. Zum Beispiel wird das Ein- oder Ausschalten des Lichts durch eine Funktion ausgeführt, die nur zwei Zustände haben kann. Für diesen Zweck empfiehlt es sich, einen dreistufigen Anzeigestil zu wählen, da er allgemein bekannt ist und sich als praktisch erwiesen hat. Nachdem Sie auf die Schaltfläche Projekt erstellen geklickt haben, gelangen Sie in das Fenster Bauen. Wir werden Ihnen in den folgenden Videos mehr über die Fenster des ETS-Programms erzählen. Kehren wir zur Registerkarte ETS zurück, wo wir noch ein paar Worte über die Eigenschaften des Projekts sagen werden. Klicken Sie auf den Projektnamen. Auf der rechten Seite erscheint eine Tafel mit den Projektdaten und die Registerkarte Eigenschaften wird geöffnet. In dieser Registerkarte können Sie den Namen des Projekts ändern und die Projektnummer angeben. Dies ist sehr praktisch, wenn das Unternehmen die Projekte nummeriert. Außerdem können Sie hierbei bedarf die Vertragsnummer mit dem Kunden angeben. Sie können hier auch das Datum des Projektbeginns ändern. Standardmäßig ist das Projektstartdatum das Datum der Projekterstellung. Sie können auch ein Enddatum für das Projekt festlegen. Das Festlegen eines geschätzten Enddatums für das Projekt kann für den Installateur nützlich sein, wenn er sich schnell an die Ablaufdaten der Garantieverpflichtungen erinnern muss, wenn ein Garantieantrag vom Kunden eingegangen ist. Unterhalb des Enddatums des Projekts können Sie den Status des Projekts angeben, in welchem Stadium sich das Projekt gerade befindet. Die folgenden Status sind in der Pop-up-Liste verfügbar. Unbestimmt bedeutet einfach, dass es keinen bestimmten Status gibt. In Bearbeitung bedeutet, dass das Projekt noch in Bearbeitung ist. Entwurf Fertig bedeutet, dass die Bearbeitung des Projekts abgeschlossen ist und Sie mit dem Debugging beginnen können. In Betriebnahme abgeschlossen bedeutet, dass die Programme bereits auf alle Geräte heruntergeladen wurden, die Fehlersuche aber noch nicht abgeschlossen ist. Getestet kann benutzt werden, wenn die Inbetriebnahme und die Einstellarbeiten abgeschlossen sind. Abgenommen bedeutet, dass die Arbeiten abgeschlossen und an den Kunden übergeben wurden. Der Status Gesperrt kann gesetzt werden, wenn das Projekt an das Archiv gesendet wurde und in absehbarer Zeit keine weitere Arbeit damit geplant ist. Das Fenster Kommentar Darin können Sie einen Kommentar zu diesem Projekt hinterlassen. Zum Beispiel, mit welchen Teilen des Steuerungssystems die Arbeit im Projekt durchgeführt wurde. Sie können zum Beispiel notieren, Beleuchtung, Jalousien und Heizung. Alle diese Angaben dienen nur zur Information und haben keinen Einfluss auf die Einstellungen. Im oberen rechten Teil des Fensters können Sie das Passwort und den Schlüssel der BCU festlegen. Im Feld Passwort können Sie ein Passwort für das Projekt eingeben. In diesem Fall wird das Programm beim Versuch, das Projekt zu öffnen, die Eingabe des Passworts verlangen. Das Projektpasswort wird benötigt, um eine Secure-Funktion zu unterstützen. Das ist die Datenverschlüsselung von KNX Telegram Die Secure-Funktion wurde letztes Jahr von der KNX Association eingeführt, um die Sicherheit der Steuerungssysteme zu erhöhen. Bisher haben die Gerätehersteller erst begonnen, die Secure-Technologie in ihre Geräte einzuführen und noch nicht alle Geräte unterstützen sie. Vor allem die Leitungsanschlüsse, USB- und IP-Gateways unterstützen die Secure-Technologie. Der BCU-Schlüssel dient dazu, das Herunterladen von Anwendungsprogrammen auf Geräte zu blockieren. Es handelt sich um einen Schlüssel im Hexadezimal-Format, der bis zu 8 Ziffern lang sein kann. Wir raten dringend davon ab, ihn zu verwenden, da der Verlust dieses Schlüssels sowohl für den Installateur als auch für den Kunden sehr schwerfiegende Folgen haben kann. Wenn der BCU-Schlüssel auf das Gerät geschrieben wird oder anschließend verloren geht, was bei den meisten Projekten nach einiger Zeit passieren kann, kann das Gerät nur noch durch Einsendung an den Hersteller entsperrt werden, was äußerst unrentabel ist. Oder wenn zum Beispiel der Installateur die Installation eingestellt hat und den Schlüssel nicht an seinen Kunden weitergegeben hat. In diesem Fall ist es unmöglich, die in der Anlage installierten Geräte zu warten und der Kunde steht vor einem Scherbenhaufen. Im Feld Codierung können Sie die symbolische Codierung ändern. Standardmäßig ist die Codierung der Windows-Systemsprache eingestellt. Diese Codierung ist am besten geeignet und Sie brauchen sie nicht zu ändern. Die meisten Geräte zeigen die Zeichen korrekt an, wenn sie die ausgewählte Sprache überhaupt unterstützen. Hier können Sie den Anzeigestil der Gruppenadressen ändern, wenn bei der Projekterstellung eine ungeeignete Adresse ausgewählt wurde. Im Folgenden finden Sie die Kompatibilitätseinstellungen, erweiterten Gruppenadressenbereich für Plugins ausblenden, langsame Kommunikation mit dem Systembus verwenden. Diese Einstellungen können auch als Standard belassen werden. Es gibt eine Reihe älterer Geräte auf dem KNX-Markt, bei denen Sie die ETS 5 in den Kompatibilitätsmodus schalten müssen. Sie können diesen Wechsel vornehmen, indem Sie auf das Menü Anwendungen in der unteren rechten Ecke des Fensters unter der Registerkarte ETS klicken. Im Pop-up-Fenster des Anwendungsmenüs markieren Sie das Kästchen neben Kompatibilitätsmodus App. Nach dem Neustart arbeitet die ETS im Kompatibilitätsmodus. In der nächsten Registerkarte der Projektparameter Schutz. Sie können ein Gerätezertifikat hinzufügen, um die Datenübertragung zu verschlüsseln. Es gibt zwei einfache Möglichkeiten, dies zu tun. Der erste besteht darin, den QR-Code des Geräts zu scannen. Die zweite Möglichkeit ist, den Verschlüsselungscode des Geräts manuell einzugeben. Es ist auch möglich, die Verschlüsselungsschlüssel für alle Geräte im Projekt oder für einzelne ausgewählte Geräte zu exportieren. Die nächste Registerkarte, Projektprotokoll. Hier können Sie während der Ausführung oder Einrichtung eines Projekts einige Notizen machen und Kommentare hinterlassen. Wir fügen nun einen Kommentar hinzu, dass im Bereich Klimaanlage der Touchpanels Änderungen vorgenommen werden müssen. Außerdem können Sie die Einträge bearbeiten, löschen, drucken oder die gesamte Protokollliste löschen. Und unsere letzte Registerkarte ist Projektdateien. In diesem Bereich können Sie alle Dateien hinzufügen, die Sie im Projekt verwenden werden. Sie können zum Beispiel die Projektdokumentation in diesem Bereich hochladen. Das Prinzip des Hochladens von Dateien ist fast dasselbe wie das Hinzufügen von Dateien zu einem Archiv. Nach dem Hinzufügen können die Dateien exportiert oder gelöscht werden. Kehren wir nun zum Tab Projekte zurück. Hier gibt es zwei weitere wichtige Schaltflächen. Export und Import eines Projekts. Der Projektexport ist notwendig, um die Projektdatei auf einen anderen Computer zu übertragen oder einfach als Backup zu speichern. Es ist ratsam, das Projekt regelmäßig zu exportieren, um im Falle eines verfügenden Fehlers oder unerwarteten Computer-Neustarts alle Änderungen wiederherstellen zu können, wenn Sie das Projekt erneut öffnen. Ein weiteres nützliches Feature ist die Möglichkeit, zu einem Wiederherstellungspunkt zurückzukehren und das Projekt zu archivieren. Dies ermöglicht es Ihnen, frühere Versionen des Projekts wiederherzustellen, falls etwas schief geht oder Sie eine frühere Version wiederherstellen müssen. Während der Arbeit mit einem Projekt erstellt ETS 5 Wiederherstellungspunkte, zu denen Sie später mit dieser Option zurückkehren können. Um ein Projekt zu archivieren, müssen Sie mit der rechten Maustaste auf das Projekt klicken und im Pop-Up-Fenster die Option Senden und dann Archivieren wählen. Diese Option kann verwendet werden, wenn die Arbeit an einem Projekt vollständig abgeschlossen ist und alle Arbeiten an den Kunden übergeben wurden. In diesem Fall ist bereits klar, dass die Projektkonfiguration in Kürze nicht mehr benötigt wird. Der Einfachheit halber kann das Projekt in diesem Fall archiviert werden. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen und wenn dies der Fall ist, dann lasst doch bitte einen Kommentar, ein Like und abonniert den Kanal. Okay Freunde, dann bis zum nächsten Mal und ciao.